Moin Moin Shizos! Ja, hier ist das November Update. Was erwartet euch hier auf diesem Kanal im November? Also, es ist endlich soweit. Lang genug habt ihr gewartet. Nur ist nur fun. Die dritte Ausgabe wird definitiv erscheinen. Und zwar jetzt in den kommenden Tagen. Außerdem diesen Monat dann auch die vierte Ausgabe von Risk No Fun. Shizos Genie geht auch endlich in die zweite Runde. Ihr wisst Bescheid mit den ganzen Fragen und so weiter und so fort. Das Ganze auch jetzt schon in den kommenden Tagen bzw. nächstes Wochenende. Kochen a la Shizos, selbstverständlich, geht auch in die nächste Runde. Und zwar kochen wir als nächstes die Wehrsing Roll an. Und dann haben wir schon ein paar Leute bei Discord ein paar Rezeptvorschläge geschickt. Und das wird dann die dritte Ausgabe sein von Kochen a la Shizos. Also, da erwartet euch im November die zweite und dritte Folge. Natürlich, klar, sind auch die Minigames wieder mit dabei. Weil da unter anderem natürlich auch wieder vier gewinnt und ich meistens ablose. Dann kommt er endlich raus, der Shizos Song. Ja, da könnt ihr auch gespannt sein. Dann bin ich kurz davor, die ersten 100 Abos vollzukriegen. Deswegen gibt es als Spezial dann, wenn es soweit ist, einen 24 Stunden Stream. Und dann noch eine Überraschung für denjenigen oder für diejenigen, die es vermisst haben. Und zwar ging ja ursprünglich dieser Kanal mal los mit Unnützes Wissen über Tiere. Und ich hatte euch ja gesagt, Unnützes Wissen über Tiere ist nicht über Bord geworfen. Es sollte weiterhin in den Streams teil sein. Das habe ich vielleicht zweimal, dreimal tatsächlich umgesetzt und habe es dann komplett schleifen lassen. Das tut mir sehr, sehr leid und ich habe es nicht vergessen und nach wie vor bringt es mir auch sehr viel Spaß. Und deswegen hole ich es, wie es eins losging, wieder zurück. Und zwar nicht in einem Livestream, sondern per Video-Vorproduktion. Also auch das im November. Ja, das war das kleine Update. Also eine ganze Menge, was euch erwartet. Hier ist definitiv immer was los auf dem Kanal. Und wenn ihr mögt, schaut mich mal ein bisschen um. Und wenn ihr euch das Ganze zusagt und ihr sagt, ja, das ist wirklich nicht mehr so ganz dicht hier das Ganze. Und ihr sagt, ja, das spricht mich absolut an. Dann auf jeden Fall abonnieren, liken und gerne auch kommentieren. Ich freue mich immer wieder auf neue Anregungen. Auch wenn ihr positiv etwas bewerten möchtet. Oder sagt, hey, da könntest du nochmal was verbessern. Oder mach doch mal sowas. Also auch negative Kritik nehme ich sehr gerne entgegen. Würde mich sehr freuen. Also meine Lieben, wir sehen uns hoffentlich dann in den nächsten Tagen schon wieder. Ich hier auf dem Kanal schiebe zu mir. Bis dahin, haut rein. Gute Nacht und wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.